Der Extend 5 Ocean. Am Hand von dieser Extend werde ich unsere einzigartig weltweit patentierte Extendsohle noch mal kurz erklären. Typisch für jede Extend ist die Belastungslinie. Bei der Extend 5 Ocean ist er blau und es fehlt viel Material auf der Innenseite. Der Fusssohle erinnert an einen gesunden Fussabdruck und das ist gewollt. Stehst du oder gehst du richtig, dann gehst du über die blaue Linie. Du merkst nichts. Der Extend ist ein angenehmer Alltagsschuh. Hingegen bei zu viel Druck auf der Innenseite, und das ist heutzutage sehr häufig der Fall, zum Beispiel bei leichten Überpronation, bei Plattfüssen, bei X-Beinen oder bei einem Halux, ist der Druck auf der Innenseite zu gross. Dann droht der Extend nach innen zu kippen. Dieses Kippen macht sich bemerkbar und ist leicht zu korrigieren. Automatisch findest du den optimalen Bewegungsablauf der blauen Linie und der Extendsohle wieder. Und dein Gang wird leicht und effizient. Probier es. Es wird sich lohnen. Ja. 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 Vielen Dank.